Ah! Okay. So lobe ich mir das. Wo, wo haben wir auch ein Schiff? Ich weiß gar nicht. Ja, das steht nämlich da vorne. Unser großes Schiff. Wir machen das schon. HW Skudo Pisser. Ah, schön. Wer ist unser Käpt'n? Ja, dann. Du bist der Käpt'n? Und ich mach mal kurz gerade den Karten, Mann. Ah, toll. Wir laden erstmal alle Kanonen, würde ich sagen. Ihr könnt euch mal die Karte angucken. Was denn jetzt? Flanke. Also dann mach ich jetzt so nicht mehr mit hier. Ah, es ist schön gerade. Geht jemand mit mir bahnen? Oh. Die kommen genau auf uns zu gefahren. Curry ist wieder Käpt'n? Das ist aber nur ein kleines Schiff, ne? Sie nehmen Geschwindigkeit raus, das heißt, sie werden angreifen. Wow! Fahne, du kümmerst dich um die Löcher. Ja. Komm mal! Schnell nachladen, ich bin nachladen, nachladen, nachladen. Ich bin dabei, ich bin dabei. Ich hab grad an- hab ich Anloading gemacht? Die ist nicht geladen hier, ich glaub's nicht. Okay. Nein! Mann! Mach sie weg! Ihr Bastarde! Nein, der hat nicht geboten. Oh! Die können siebenmal hintereinander schießen von der gleichen Seite. Wie? Ja, also entweder die haben halt irgendwie die Nachladen... Also die Nachladenzeiten sind halt mega irgendwie... ...weniger. Boah, ich komm gleich. Das Schiff ist rechts, wollen wir drauf oder wollen die nicht? Die jagen uns halt richtig, ne? What the fuck? Ja, das sind Franzmänner, deshalb. Du kleine, leckere Weinbergschnecke! Wir haben nicht mehr viele Plan- Planke? Ach ja... Machst du weg, Junge! Ich hab dich fast gehabt. Okay, wir rannen jetzt. Boah, der ist gut! Gerade fahren wir auf dem großen Felsen zu. Der ist gut! Ohohohohoho... ,, Aaaaaaarh Captain! Fuck! Der muss leiden für das, was uns gerade passieren ist! Haha! Juhu! Der hängt jetzt hinter uns irgendwo, wo ist der? Wir sollten hier wirklich erstmal weg gleich. Der wird uns nicht einholen, wenn wir wirklich gleich auf Full Speed gehen. Wir müssen volle Kraft setzen! Wie low ist das denn? Anker muss erst noch hoch, glaube ich, ne? Nee, als großes Schiff hast du einfach keine Chance, Alter. Die haben eine Kanone nach vorne? Oh Gott! Wir laufen voll, wir laufen voll. Ich würde sagen, alle runter, oder? Ja, ja, ja. Oh, wir müssen das echt besser hinkriegen. Ich würde aber denken dran, es ist noch keine Sonne vom Himmel gefallen. Was? Was ist das? Nein, nein. Untertitelung des ZDF, 2020